Musik Gefällt mir das nicht, machen wir es nochmal Auswahl kopieren So muss es dann wieder weg Ja, viel Spaß viel Spaß Viel, viel Spaß Ich glaube es ist fast schon zu klein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, 8 So, jetzt brauchen wir nämlich erstmal das Dach und dann zeige ich euch Ah, danke, Colonel Hogan ähm, wie wir das jetzt mal gleich mal einen Dom bauen Mh, halt Haben die jetzt, warte mal Ostasiatisch, die haben doch hier noch mehr Dächer gehabt was da ein bisschen besser dazu gepasst hat, ich hab's doch gesehen hier Tondach Also ich finde, dass ein Tondach ganz gut dazu passt So ostasiatisch find ich das irgendwie besser Irgendwie passt das besser, oder? Mal abgesehen von der Farbe jetzt Äh, das passt nicht Moment, irgendwas ist ja nicht korrekt Mh, nee, das gefällt mir aber nicht Mh, das gefällt mir so aber nicht Ich meine, ich hab ja vorgefertigte Dinger So ist es ja nicht, ne? Halt, das ist verkehrte Ähm, aber ich will jetzt nichts vorgefertigtes nehmen Ne, ähm, so ist es ja nicht Hab auch ein eigenes Reptilienhaus schon gebaut gehabt Können wir auch nehmen, so was Aber ich finde, es passt asiatisch gesehen nicht dazu Und dann müsste ich halt nochmal umbauen Das gefällt mir halt nicht so optisch Ähm Deswegen Das mit dem Tondach ist ja schon nicht schlecht irgendwie Ach Max, du gehst mir echt auf den Puffer grad Ah, jetzt haben wir's Ah, sehr gut So Und dann würde ich glatt sagen Machen wir da Glas rein Damit man von oben reingucken kann Äh, vielleicht hier so eins Auf Wände Dächer und Böden Moment Glas 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 Dach Glas um 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 Why not? Okay Man kann ja noch was dran machen, sonst ja nicht Ähm, jetzt Ähm Das kopieren So sehe das dann aus Ähm So, die Dinger machen wir dann noch hinterher zu Das ist gar kein Problem Ähm Schon lange her, dass ich so einen Dom mal gebaut habe Echt lange her So, nochmal Zack Ähm Bam Bam, bam So, noch einmal Ähm X Abbrechen Kopieren X So, dann haben wir den Und jetzt noch einmal, dann nehmen wir hinten Nochmal was raus So Und der hier ist nicht ganz Der hier ist nicht hundertprozentig gerade Das passt irgendwie nicht ganz so Warum auch immer Warum der so leicht verschoben ist Ne, der hier ist so ein bisschen zippelig Er ist nicht ganz hundertprozentig Das gefällt mir nicht So 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 viel dazu Auf jeden Fall Krass Glas Glas technisch ist es echt krass Hat doch was, oder? Wenn wir jetzt das hier noch vernünftig machen Und dann hier noch die Dinger zu Und dann passt das Ähm So Dann Bau Äh, da brauche ich jetzt mal Säulen Ähm Dachdekor Dachzielleisten Glas weg Flachdecker Ähm Moment Flachdecker Flache Formen Das ist auch nicht das vernünftige Wände Säulen Ähm Betonsäulen Was haben wir denn hier? Oh Indisch 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 Das war nicht asiatisch Das sieht aber zumindest danach aus Ein bisschen zumindest Ähm Metallstange verrostet Ostasiatisch Ostasiatisch Na also Da haben wir das Das ist doch das was ich wollte Ostasiatisch Ähm Machen wir es mal anders Machen wir die einfach mal auf Bänden Machen wir auf Kopieren Und so kann man nämlich wunderbar Lücken Dicht bekommen Ohne Probleme Okay das ist jetzt ein bisschen doof Aber Vielleicht machen wir da noch einen Aufbau Daraus Vielleicht hier irgendwie nochmal Äh nochmal so ein Rondell oder sowas Äh Perfekt Oder eine Flagge Oder eine Flagge Oder irgendwie sowas Kann ich mir gut vorstellen Äh Perfekt. Ah, Quatsch. Aber wir können natürlich auch noch sagen, die Farbe gefällt uns nicht. Da können wir auch noch was machen. So ist es nicht. Na, Quatsch. Mann, das ist immer der Undockt. Und das alleine ist nur das Affenhaus. In Asia-Style. Und ihr seht, wie lange man da schon wieder dran sitzt, ne? Ist der Hammer, oder? Okay, du kannst dir hier Zeit drin versenken ohne Ende. Ohne Ende Zeit versenken. So, gleich haben wir es geschafft. Wooh, wooh, wooh. Swir. So. So. haben wir noch zwei dinger noch so könnte das natürlich farblich auch noch absetzen wir könnten das noch mal ändern vielleicht ein bisschen viel rot vielleicht ein bisschen viel rot die hätten natürlich unten aber auch gut gepasst die säulen die hätten gut gepasst sage ich dir oder sowas hier das hätte auch gut gepasst das überlege ich gerade ob wir da nochmal was draufsetzen rot ist die farbe ja ich weiß olli ich weiß ich überlege gerade ob wir da noch was draufsetzen nochmal irgendwie einen kreis oben draufsetzen oder ob wir das irgendwie so lassen und da irgendwie nur licht oder sowas drauf machen wär ja schon könnten wir auch hier so ein Positionsausrichtung so ein Balken dran machen so nochmal können wir den einfärben ne können wir leider nicht einfärben können wir den einfärben äh filter eigenschaft farbanpassung so ähm indisch mit metallstangen oh sind die süß hm bemalt ähm so ausrichtungsrotation vier meter zwei meter vier meter und x ähm rotation ähm schupp nur ein ähm mal rangezogen nochmal die rota okay jetzt müssen wir noch ein bisschen näher ran das passt noch nicht optisch noch ein zuppelchen so ja das ist optisch echt äh ne da musst du echt genau hingucken das ja ich weiß nicht das hätte du irgendwie was oder mal ganz ehrlich so mit so einem Balken hier nochmal oben drauf das wäre doch ganz wäre doch eigentlich gar nicht mehr so verkehrt das hätte doch irgendwie was also das würde mich schon so ein bisschen das wäre irgendwie äh doch nice na so Ah, nicht ganz. So. Oder Olli, was meinst du? Es hätte doch was. So, nächste. Ja, wir sind zurück. Ah, verdammt. Da kommen wir ein bisschen zu weit raus. Okay, verdammt. Hm, erweitertes Bewegen. Ja, so. Nö, was nö? Olli, was nö? Was meinst du mit nö? Ja, nur Balken da oben drauf sieht auch irgendwie doof aus. Nicht schön. Das ist aber so bei den Asiaten, dass sie solche Balken haben. Das ist leider so. Nö, vielleicht... Nö, gut. Ich könnte mich auf sowas hier nur einlassen. Auf solche Dinger hier vielleicht. So als Abschlussdings. Darauf kann ich mich einlassen. Vielleicht in Weiß oder sowas. Ja, schon. Aber die hier passen nicht. Ja. Ich hab ja nun mal nur begrenzte Sachen, Olli. Da kann ich nicht viel machen. Hier. Viertelkreis. Viertelkreise kann man auch machen. Ähm... X. Könnte natürlich... Halterung. Rundfenster. Sowas kann man auch machen. Geländer. Oder sowas hier. Endstücke. So eine Balken. Würden auch gehen. Wäre auch möglich. Und der hier müsste... Äh... Äh... Da müsste er... Komplett sich drehen. Das passt auch irgendwie nicht. Das sieht nicht gut aus. Ähm... Indisch... Australisch. Ähm... Halterung. Halterung. Indisch. Indisch. nochmal den hier die Säulen das wird mir dann zu hoch ehrlich gesagt ja diese hier Dachzierwerke dein Weiß vielleicht drauf geht zum Glück schnell setzen davon von den Weißen ich denke mal damit kann man leben also wenn ich mir das so angucke mit den Balken so dazwischen schwierig ne nicht so einfach nicht so easy ich überleg grad mit oder ohne Balken wäre okay wenn ich jetzt noch was finde um das hier vernünftig abzudecken mit denen hier dann bin ich zufrieden mal ganz kurz gucken wo sind sie denn jetzt hier die hier ähm kriegen wir die vielleicht da schön noch irgendwie zwischen sind das das sind das ist das ist das ist das ist Hmm. Hmm. Also für eine Regenrinne finde ich das ein bisschen mickrig, ganz ehrlich. Irgendwie ein bisschen... Weiß nicht. Wanddekor. Indisch, indisch. Zip, zip. Zip, zip. So viel Theater nur wegen paar Affen, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist der Hammer, oder? So. 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 Gleich. Untertitelung. BR 2018